Hallo, heute beim Ein-Minuten-Star Klaus-Peter Krabb. Hallo Peter. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Ach, ganz schrecklich, frag mich. Der Hamster meiner Nachbarin ist gestorben. Äh, ja, okay, vielen Dank. Sag mal, wofür kenne ich denn die Leute? Was hast du so alles schon gemacht? Ich durfte viel im Fernsehen machen, moderieren, bis zur Samstagabend schon bei RTL. Vier Pilchern überdrehen, aber du meinst natürlich... Synchron! Okay, da kennen die Leute wahrscheinlich noch so Emergency Room oder Extend Go and Business. Sie kennen vielleicht noch Michael Schenks gesprochen, Dr. Daniel Jackson in Stargate. Zur Zeit gerade der oberböse Lance Hornsby in The Walking Dead. Und im Anime oder eben im Zeichentrick. Genau. Ich liebe dich, Demi, den wahnsinnig frechen Geist in Vampirina. Oder auch Pythor, da werde ich am meisten drauf angeschrieben, bei Lego Ninja. Okay, vielen Dank, das war's. Tschüss! Tschüss!